In diesem Video werde ich einen Typen aka Shallows Face pranken, indem ich Wörter sage, die eigentlich gar nicht zum Thema passen, was die Wörter sind, werdet ihr in dem Video noch erfahren und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ja, und außerdem musste ich leider mit ihm Roblox aufnehmen, sonst hätte er es nicht gemacht. Naja, kann man nichts machen. So, also das haben wir jetzt hier Piraten oder Marienes? Pirat. Pirat, okay. Ich bin Pirat. So, ich bin jetzt bei so Windmühlen. Wo ist dieser Questmaster jetzt? Ah, da drüben ist er ja schon. Oh, man kann doppelschwingen. Mein guter Questmaster. Ich weiß, mit Q kannst du so nach vorne. Wie kann ich mit dem reden? Du musst ihn andrücken. Andrücken? Aha, bitte wählen wir eine Quest aus. Ähm, bestätigen. Ja. Quest angenommen. Kampf mit 1. Bamm. Kann ich die hier jetzt killen? Oh mein Gott, ich nehme die hier richtig auseinander. Oh nein, da kommt jemand anderes. Warum hat der jetzt ein Schwert? Kann ich auch ein Schwert haben? Ja, kannst du kaufen. Wo kann ich das kaufen? Beim Katana Shop. Ich würde empfehlen, wenn du Kisten findest, ähm, auf die drauf zu gehen. Weil die geben Geld. Wo, wo sind jetzt die Leute, die ich angreifen kann? Das sind die Banditen. Das sind, die stehen doch da. Sind das NPCs oder sind das wirklich richtige Menschen? NPCs. Oh mein Gott, warum sind das eigentlich so wenige? Bei mir sind irgendwie einfach drei nur da. Nein, es gibt noch andere Spots, wo die spawnen. Ich würde empfehlen, immer ein paar zusammenzusammeln und dann fighten. Kann ich auch gegen die sterben? Ja, kannst du. Ich würde die nie empfehlen, auf Guns. Guns solltest du niemals leveln. Bei Guns ist kackig. Jetzt habe ich 200, äh, 218 Euro. Dann würde ich dir empfehlen, ähm, bei Leveln, dass du Defense ist, seit deinem HP Leben. Würde ich, ähm, extra finden, also extra leveln von den anderen. Ah, jetzt habe ich, nein, das will ich nicht. Junge, ich habe gerade einfach eine Chest gefunden. Da war 315 Euro drin. Alter, was mit diesem Zaun, ich kann einfach durchlaufen. Voll verpackt, dieses Spiel. Komm, mach jetzt zu dir. Wenn du einen Stern bei dir siehst, dann bin ich das. Goldener, heller Stern. Junge, warum explodiert hier so manchmal Sachen? Das bin ich. Sorry, du explodierst sogar wieder. Warum bist du heute so belast? Ähm, hab kein Gras berührt. Ah, schau mal, das Haus kann ich auch rein. Ey, hier kannst du die Früchte kaufen. Schau, und das Haus kann ich rein. Mhm. Bam, bam, bam. Scheiße, nein, geht nicht. Kann man auf die, auf das Riesenrad gehen? Nein, helf mir mal. Hier, hallo. Wo bist du? Der kannst du Gegner kennen. Oh, hier, boom. Hurts, 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 Hurts. Hurts. Bam, bam, Hobbs genommen, Hobbs genommen. Hast du Hobbs genommen? Das heißt so? Nein, das heißt Hobbs. Hä? Wer sagt Hobbs genommen? Was heißt Hobbs genommen? Oh, ich bin auf dem Haus. Warum ist Lava auf dem Haus? Wer ist Lava? Da ist Lava auf dem Haus. Ich bin Pomp. Ich mach Moonwalk einfach. Wieso? Ja, weil ich's kann. Ach so, weil du nach hinten drückst, gerade ausläufst, aber es aussieht, als wirst du nach hinten laufen. Genau. Katana ist das beste, finde ich. Ja, jetzt hast du einen Katana. Nein, ich hab keinen Katana. Ich hab irgendeinen Wurfstern gekauft. Was? Ja, so einen Wurfstern. Was für ein Wurfstern? Ja, keine Ahnung, Wurfstern heißt. Ach so, du hast eine Frucht gekauft. Warst du bei diesem, mit dem Piratenhut? Ähm, weiß ich jetzt gerade nicht wieder, was da ist. Aber ich glaub, das war so eine Kuh. Ja, was für eine Kuh? Ja, man kann, da ist ein Kuh, so ein Kuhtyp, so wie die militante Veganerin. Ah. Warum ist hier eigentlich ein Hochhaus? Wo ist ein Hochhaus? Ja, neben dem Hot-Tock-Laden da. Digga, du bist auch Hot-Tock-Laden. Oha, warum beleidigst du mich jetzt als Hot-Tock-Laden? Ja, Hot-Tock-Laden ist cool. Ja, aber, hör, da drüben ist eine andere Insel, lol. Ich weiß, musst du auch irgendwann hin. Irgendwann wird dann der Kompass, ähm, rot aufleuchten, dann musst du auf andere Insel gehen. Wegen anderen Gegner. Ah, der leuchtet ja, äh, gerade grün. Ja, aber er muss rot leuchten. Ähm, warum sind da eigentlich, warum sind da eigentlich solche Waschmaschinen? Ah. Hm. Genau. Ja, da sind halt Waschmaschinen. Digga, das ist, das ist Piratinsel. Was für Waschmaschine? Ja, da sind Waschmaschinen. Ich hatte, ich hatte gestern ein, ein, äh, äh, war ich beim Zahnarzt, cool, gell? Mhm. Da, da gab's so'n, so'n, ähm, so'n Strahler. Mhm. Ja. Finde ich auch. Ja. Ist ja eigentlich ein gutes Anfängerschwert für dich. Kann man hier eigentlich auch in diesen Zoo reingehen? Digga, was für'n Zoo? Ja, hier ist ein Zoo. Hm. Ja, da kannst du rein. Aber warum baut sich der von selber eigentlich auf, der Zoo? Okay, jetzt mal ernsthaft, was lauerst du grad? Ja, der Zoo halt. Digga, da, es gibt hier kein Zoo, das ist immer noch Piratenzeit. Bei, bei was für nem Friseur waren die eigentlich die, die Typen, dass die so eine hässliche Frisur haben? Weiß ich nicht. Okay. Die sieht echt komisch aus. War Drip damals. Da war ne Sternschnuppe. Oh, hier fliegt ne Sternschnuppe in die Stadt. In die Stadt? In der Hoffnung. Ah, der ist sogar noch da. Moin, weißt du. Wer? Dieser Saw. Der Saw? Aber ich hab den, sein Schwarzscher, fällt mir auf. Egal, ich kill ihn nochmal. Einfach wegen der XP. Dann kauf mir mal ein neues Katana. Digga, ich brauch selbst Geld. Ich hab mal zwei Millionen. Kaufe. Ich will schauen, dass du das nicht brauchst. Was denn? Zwei Katanas. Ja, schon zu spät. Oha, der hat Venom-Frucht, glaub ich. Das war für die Mülltonne, würd ich sagen. Ah. Und wo ist jetzt die Kuh? Ja, komm, warte. Was machst du? Warum springst du so viel? Ja, keine Ahnung. Man muss doch... Ich brauch nur Energie. So. Okay. Ah, da ist sie, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Egal, da ist die Kiste. So. Ich dachte, das wäre eine Kuh. Ey, wo soll ich dir was sagen? Hm? Und zwar... Was hast du getan? Ich mach grad eigentlich ein Video, in dem ich bestimmte Sachen sagen muss. Ah. Ja. Achso, das ist irgendwie cool, Digga. Ja, hey, auch Wurfsterne. Hey, es gibt Wurfsterne. Ja, keine Ahnung, aber das war super. Aber ich hab voll die random Sachen gesagt. Und du sagst einfach nur so, okay. Und hast dich nicht irgendwie so gewundert. Auch Waschmaschine. Irgendwie Waschmaschine. Das ist wie so, schon so, hä? Ähm. Ja, bro. Als ob ich dachte eigentlich, dass es dir so direkt auffällt. Nein. Nein.